Guten Morgen, du wundervoller Tag. Wie schön, dass du dich ankündigst. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich erleben darf. Ich bin dankbar dafür, gesund zu sein und vollkommen. Ich starte in diesem Tag voller positiver Energie und mit ganz viel Liebe in meinem Herzen. Ich öffne mich all dem, was kommt und lade auch Überraschungen mit Dankbarkeit ein. Es gibt nichts, das mich heute davon auffällt, die beste Version meiner selbst zu sein. Ich inspiriere andere Menschen mit meiner Energie. Ich stecke sie an mit meiner guten Laune und meiner Selbstsicherheit. Ich bin voller Energie und Vorfreude auf all das, was kommt und mich heute erwartet. Ich habe die Kraft, all die Dinge umzusetzen, die mich näher dahin bringen, wo ich gern sein möchte. Ich bin fokussiert und diszipliniert und arbeite an mir, an meinen Zielen. Es fällt mir ganz leicht, auf mich zu achten, auf meinen Körper zu achten, genügend zu trinken und gesund zu essen. Es fällt mir leicht und ich habe Freude daran, mich zu bewegen und ich nutze den ein oder anderen Augenblick, um ganz in die Stille zu kommen und achtsam zu sein. Ich begegne meinen Mitmenschen voller Liebe und Verständnis und ich weiß, dass es nichts mit mir zu tun hat, wenn sie schlechte Laune haben oder negative Emotionen empfinden. Ich gebe mein Bestes und ich bin liebevoll mit mir selbst. Wenn ich einen Fehler mache, verzeihe ich mir selbst und ich verzeihe anderen. Weil ich weiß, dass niemand perfekt ist und auch niemand perfekt sein muss, um wertvoll und liebenswert zu sein. Dieser Tag heute ist eine wundervolle Möglichkeit, am Leben zu sein und das Leben zu zelebrieren. Mit all seinen Facetten und in allen Farben, mit all den Aufs und Abs. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar. Dankbar für all die Menschen in meinem Leben. Dankbar für all die Dinge, die mir zugehörig sind, die ich meins nennen kann. In dem Wissen, dass sie nicht selbstverständlich sind und in der Gewissheit, dass sie mich nicht ausmachen. Ich bin dankbar für jeden Sonnenstrahl auf meiner Haut, für jede Pflanze und jedem Baum, der mir Luft zum Atmen schenkt. Ich bin dankbar für all die Lebewesen, mit denen ich das Leben auf diesem Planeten teile. Und mit dieser Dankbarkeit und diesem positiven Gefühl verbinde ich mich mit Mutter Erde und der Natur, die mir ganz viel gibt. Und so nehme ich mir auch heute die Zeit, wieder in Verbindung mit ihr zu treten. Ich bin dankbar für jede schwierige Situation, der ich heute begegne, für jeden Konflikt, weil ich weiß, dass er eine Chance ist, mehr über mich und meine Mitmenschen zu erfahren. Und ich sehe alles als eine Möglichkeit an, zu wachsen. Und ich weiß, dass ich jeder Emotion, die ich im Laufe des Tages verspüre, Raum geben darf. Und ich weiß, dass alles Teil eines Prozesses und eines höheren Ganzen ist. Und mit diesen Erkenntnissen begegne ich heute den Tag und weiß, dass ich ihn erfüllt wieder beenden darf. Und ich weiß, dass ich ihn erfüllen darf. Und ich weiß, dass ich ihn erfüllen darf.